Hallo Steinefans, hallo Städtebauer und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf meinem Kanal und dem ersten Video zu New Brick City 2.0. Ich habe schon einen ziemlich großen Grundstock mal gelegt, das hat damit zu tun, dass ich umgezogen bin. Ihr werdet gleich eine kurze Timelapse sehen mit einem Voice-Over, wie das hier entstanden ist und was hier drumherum außerhalb des Bildes noch ist. Man kann ja mal kurz ein bisschen was zeigen. Es ist schon einiges getan. Das bleibt auch nicht das Gesamtausmaß von New Brick City. Das wird hier noch weitergehen, aber das ist hier gerade noch alles ein Chaos. Also Chaos ist hier glaube ich noch nett ausgedrückt, aber Stück für Stück werden wir hier mit einer Verbindung, mit einer Tischverbindung arbeiten und dann die Straße und die Stadt weiter ausbreiten. Und das ist hier so erstmal der Grundstock, der Grundstein von New Brick City 2.0. Und heute im ersten Willkommensvideo, Welcome to New Brick City, zeige ich euch einfach mal so ein bisschen, was ich schon in der Stadt installiert habe. Und ja, im nächsten Video geht es dann mit der Tischverbindung weiter und dann werden wir mal so ein bisschen was an noch Modular Buildings, die noch ausstehen und so weiter und so fort installieren. Ihr könnt euch schon mal darauf einstellen. Es wird natürlich ein Mitspracherecht geben. Ja, das so viel schon mal vorweg. Wie viel, müssen wir mal gucken, ob das hier eine Demokratie ist oder ob ich als Bürgermeister hier mit eiserner Faust das durchsetze, was ich möchte. Nein, wir werden das schon hinbekommen, dass ihr da auch ein kleines Mitspracherecht habt. Thema Häuser. Viele Häuser, die jetzt hier stehen und bisher die meisten Häuser, die ich überhaupt auch habe, sind Modular Buildings, die man erwerben kann. Es gibt ein paar, da kommen wir gleich hin, das ist unfertig, das seht ihr. Es gibt natürlich auch ein paar Mocks von mir, die ich euch zeigen werde. Ja, aber wenn ihr jetzt erwartet, dass das hier eine Stadt wie von Bock Brickman wird, dann muss ich euch gleich vorweg enttäuschen. Das schaffen wir nicht. Also nicht sofort. Da hinten ist ja noch ein bisschen Platz. Mal gucken. Okay, ja, willkommen in New Brick City 2.0. Ich stelle euch heute ein paar Bewohner vor und ein paar kleine Szenerien. In den Gebäuden hier vorne oder auch in den Straßen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder mit dem ersten richtigen Update. Fangen wir mal hier ganz rechts an. Das ist so ein bisschen das China-Viertel, Little China sozusagen. Ihr erinnert euch vielleicht an das chinesische Wohnhaus von Xingbao, was ich vorgestellt hatte. Und den Blumenladen, den Flowershop. Die sind hier beide nebeneinander. Und die Straße ist abgesperrt. Das können wir hier sehen. Die Straße ist abgesperrt, denn es wurde zum chinesischen Chinese New Year hier der große Torbogen installiert, um dort hinten das chinesische Volksfest nicht durch Autofahrer stören zu lassen. Autofahrer, die sich hierher verirren können, über die Corner Garage hier dann fahren. Das wurde mit dem Besitzer der Corner Garage abgesprochen, dass die dann hier halt quasi langfahren und dann hier in die weiterführende Stadt kommen. Hier ist nochmal eine kleine Barrikade. Da muss ich noch ein bisschen was bauen. Und wir sehen, es ist noch nicht alles 100% so vorhanden. Aber das hier ist sozusagen das Viertel Chinatown von New Brick City. Ich habe hier hinten das Frühlingslaternenfest installiert. Und ja, kleine Szenerien, die wir hier haben. Wir haben einmal hier einen Hunderliebhaber, der die French Bulldog mit einem Hundekeks füttert. Ich muss nochmal gucken, ob ich den vielleicht austausche, weil das ist nämlich der aus dem Porsche Speedstar. Der könnte ja auch was Spektakuläreres machen. Aber hier füttert er erstmal seinen Hund. Und hier haben wir die Frisur von Monkey Kids Freundin. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Sie bekommt hier gerade ein paar Blümchen von ihrem Verehrer überreicht. In solch idyllischer Atmosphäre natürlich echt schön. Hier eine meiner Lieblingsszenerien in diesem Viertel ist ein kleines Hühnermädchen. Also da ist er mit Stücken Brot. Achtung, man soll bitte nicht Vögel mit Brot füttern. Das weiß dieses Kind aber noch nicht. Deshalb füttert es munter hier Brot an einen Pinguin, zwei Hühner und drei Vögelchen. Fand ich halt einfach so ein bisschen witzig, so die Brotgruben zu simulieren. Und dass da halt alles Mögliche an Federvieh angelockt wird. Und bei den Hühnern ist natürlich der Fuchs nicht weit. Das Fuchsmaskottchen aus der Lego Collectible Minifigger Serie hier mit den zwei Messern im Anschlag. Kommt hier gerade aus dem Gebüsch, um sich einen Huhn zu schnappen. Fand ich ganz witzig als kleine Szenerie. Dann haben wir da hinten eine Eisverkäuferin. Ein paar Kinder, die sich das Eis schon gegönnt haben. Hier sind die Stände aus den Chinese New Year Sets. Die Bühne von dem Löwentanz. Das ist hier relativ unspektakulär. Hier das einzige der neuen Straßenplattensets, was ich mir geholt habe, ist das mit dem Vita Rush Auto. Das ist dieses kleine Set. Da verkauft sich hier gerade Vita Rush. Und hier sind so die ersten Schaulustigen, die über die verzierten Häuser hinweg sich das ganze Geschehen hier anschauen. Ist noch nicht fertig, aber so als grober Überblick soll das mal reichen. Wenn wir uns ganz kurz hier in die Ecke zwängen. Hier ist die Boot Black Street, die ich euch ja schon im Video vorgestellt habe. Da ist außen erst mal relativ wenig. Ich habe auch die Pflasterung noch nicht verändert. Ich bin auch unschlüssig, ob sie wirklich hier sitzen bleiben soll. Eigentlich finde ich sie sehr passend. Aber ich mag halt auch das Design der Boot Black Street, weil es halt so vier, eins, zwei, drei, vier Häuserfassaden vereint. Vielleicht tausche ich es nochmal aus. Aber ich glaube eher nicht, hat was mit dem zu tun, was dahinter kommt. Das zeige ich euch gleich. Das hier ist das European Jazz Café. Ein B-Modell vom Assembly Square. Wenn ihr möchtet, ich habe ein paar B-Modelle da. Wenn ihr möchtet, stelle ich die euch auch gerne in Einzelvideos vor. Das Jazz Café sieht so aus. Ist ein Eckgebäude, kann ich euch zeigen. Da oben sind ein paar Wissenschaftler. Das gehört hier gar nicht hin. Hier sind ein paar Wissenschaftler zu Gange, die eine Rakete gebaut haben und sie abfeuern wollen. Mal gucken, ob das gut geht. Ich fürchte ja nicht. Hier unten können wir sehen, dieses Eckgebäude, das kommt definitiv noch woanders hin. Das ist jetzt hier erstmal nur so als Platzhalter. Aber hier, au weia, da ist jemand unaufmerksam, trampelt sich die neuen Schuhe schmutzig. Hier haben wir jemanden, der gerade ins Café hinein möchte. Und eine etwas unglückliche Seele, die mit einem schönen Gitarrenspiel versucht, noch ein paar Münzen in die Tasse zu bekommen. Hier vorne geht es weiter, nochmal mit einem kleinen Blick auf das European Jazz Café. Das sind halt ein paar Schirme. Toll finde ich hier die Bautechnik mit dem zusammengeklappten Schirm. Wie gesagt, kann ich euch gerne zeigen. Hier ist das Eckgebäude von Segao. Ist von der Brickative, genau wie das, was dort gleich folgt. Sind also quasi, ja, geklaute Mocks. Man kann es über Segao kaufen. Laut Blue Bricks haben sie dem Originaldesigner da irgendwie eine Abfindung gezahlt. Weiß man nicht. Man muss sich ein bisschen drauf verlassen. Ist aber ein schönes Gebäude. Mit so einer kleinen, mit einer kleinen Boutique hier. Ein paar Leutchen, die einkaufen gehen. Aus dem 50's Diner. Das Elvis Auto hier. Das GWP. Von, ja, letztem Jahr, glaube ich. Sehr, sehr schönes Auto. Gefällt mir gut. Dann haben wir hier den großen Uhrenturm. Das ist so ein bisschen ein Rathaus mit einem, ja, Pub nebenan. Das ist auch ein Model von der Brickative. Auch das, wenn ihr möchtet, einfach in die Kommentare schreiben. Das zeige ich euch. Und dann ist hier irgendwas. Das Auto steht ein bisschen komisch. Und das ist die Polizeistation. Irgendwas ist hier im Argen. Es fehlen noch ein paar Figuren hier, um die Szenerie zu vervollständigen. Aber ich kann es euch ja schon mal zeigen. Hier sind Snake Rattler und Clara the Criminal gerade am Arbeiten. Denn sie versuchen nämlich ihren Kollegen aus dem Gefängnis zu befreien. Und das ist eine etwas größere Szenerie. Sie geht nämlich da hinten weiter. Dort kann man sehen, da ist die Verkäuferin aus dem Donutshop in Ketten gelegt. Mit jemandem, einem echt böse guckenden Verbrecher, Hackebeil, Messer im Anschlag. Also der versteht wirklich keinen Spaß. Und das Scheme, also der Plot von diesen Verbrechern ist nämlich, dass sie alle Polizisten aus der, ja, das ist die modulare Polizeistation, die kennt man ja. Die haben sie alle mit einem ganz unschlagbaren Angebot gerade in den Donutshop gelockt. Und auch hier bei den Stats, wie gesagt, bei den Jumperplates, da kommen noch weitere Polizisten hin, die dann hier alle anstehen, um das Sonderangebot im Donutshop zu nutzen. Ich zeige euch auch gleich, wer im Donutshop drin steht. Ansonsten ist in den Gebäuden noch relativ wenig los. Da oben steht, glaube ich, Freya MacLeod, die Feuerwehrchefin, weil da ist so ein Stadtmodell. Würde ich euch aber, wie gesagt, alles zeigen, wenn wir uns das mal angeguckt haben oder mal im Video angucken. Aber hier dieses kleine Bonusfeature zeige ich euch noch. Einen Moment. Und zwar geht es hier dann weiter. In drin stehen auch noch mal ein paar Polizisten an. Also das soll hier wirklich so eine richtig riesige Schlange sein. Und die Dame, die hier hinter dem Tresen steht und gerade das Gebäck zu Schleuderpreisen raushaut, kann man schon sehen, das ist auch eine Komplizin der Verbrecher, die hier wirklich mit einem Sonderangebot, welches seinesgleichen sucht, ich habe gehört, zehn Donuts zum Preis von einem, deshalb stehen ja so viele Polizisten an, hier die Ware raushaut damit. Und dann können wir mit Snake Rattler und Clara the Criminal, dass sie hier ihren Kollegen befreien können. Und der steht natürlich auch schon direkt am Fenster und ist bereit für den Ausbruch. Weiter geht es hier auf dieser Seite. Den Dach, die Dachterrasse werde ich noch ein bisschen beleben mit ein paar Gästen. Das ist der Gebäudeklopper, das Nicht-Toys-R-Us, der Toy & Bookstore von Xing Bao. Da habe ich ein Video drüber gemacht. Wer es noch nicht gesehen hat, gerne mal anschauen. Ist eins meiner Lieblingsgebäude, es ist echt schön. Es ist toll zu bauen, es kostet natürlich viele Nerven, aber es ist, ja, in der Stadt wirkt es echt cool. Und dann geht es hier in die erste Fußgängerzone. Hier ist der Sembo-Club. Letztes Video habe ich Ihnen vorgestellt. Jetzt ist er schon installiert. Und wir schauen uns mal hier ein bisschen was an. Das ist ein kleiner Newsstand. Der ist von Modbricks. Kann man auch gezielt kaufen. Ein paar Leute stehen an. Jemand hat sich da gerade ein Getränk gekauft. Hier sind ein paar Damen zu finden. Beziehungsweise hier doch eine Dame und noch eine zweite Dame, die hier rund um den Sembo-Club stehen. Was sie dort machen, weiß man nicht so genau. Aber wenn wir uns diesen, ja, doch relativ offensichtlich schelmisch grinsenden und mit viel Geld bepackten Kerl angucken. Ich weiß jetzt nicht genau, was er vorhat, aber sein Ziel scheint der Sembo-Club zu sein. Wie auch immer, man will es jetzt nicht so genau wissen, glaube ich. Hier ist noch jemand, der gerade einfach spazieren geht. Guckt ein bisschen hämisch zu dieser bemitleidenswerten Seele hier. Viele Flaschen, viele Dosen, viel Müll. Ich versuche mal diesen. Oh Gott. Und hier ist einmal noch was umgeworfen. Das findet der Mitarbeiter der New Brick City Müll, des New Brick City Müll Departments, natürlich überhaupt nicht gut. Ich hoffe nur, dass er nicht diese arme Seele da beschuldigt. Ich glaube nämlich nicht, der möchte, glaube ich, einfach nur in Ruhe gelassen werden. Oder seinen Rausch ausschlafen. Vielleicht war er zu lange im Sembo-Club. Das weiß man nicht. Hier ist, oh Gott, der hat auch einen Namen. Das ist der von Hidden Side. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Der ist hier gerade einkaufen im Modular Building, was noch nicht fertig ist von dem Krabben-Shack. Das ist eins meiner eigenen Gebäude, was ich euch gleich zeigen werde. Da habe ich versucht, ein Modular daraus zu bauen. Und dann haben wir hier noch, oh, da ist noch jemand, der hat sich gerade ein paar Fischbärchen im Krabben hier, also die Idee hat sich hier gerade was geholt. Ist es dort? Ich weiß nicht, entweder hat er so dick gebacken, dass es ihm schmeckt oder der Fisch war ein bisschen alt. Vielleicht ist es aber auch nur das Ambiente, weil da ist auch wieder Müll. Müll, also dieses Viertel hier scheint so ein bisschen, naja, nicht ganz so gut zu riechen. Was ich ganz cool finde, ich habe jetzt hier nicht den heiligen Gral gefunden, aber wenn man so Tiles, nur die einmal zweier Tiles auf einem Ende so ansetzt, dann gucken die so ein bisschen nach oben. Und ich finde, das sieht dann aus, als ob hier die Steine halt so hoch stehen. Und das macht, finde ich, eine Menge her. Ich finde, das gibt der Szenerie einfach nochmal ein bisschen Leben. Und jetzt haben wir hier noch jemanden, der war definitiv zu viel im Sembo-Club. Oh ja, die Flasche hat er noch in der Hand. Das ist nicht so gut. Die Dame dort hinten, ich weiß nicht, ob er zu ihr wollte oder sie zu ihm. Auf jeden Fall, der hat sich den gestrigen Abend nochmal ordentlich durch den Kopf gehen lassen. Das ist natürlich nicht so schön. Genauso wenig schön ist, dass dieser Müllmann hier gerade eine schimmlige Wurst aus dem Mülleimer geholt hat. Und dann neben ihm noch, ja, diese Geräusche und wahrscheinlich auch der Geruch damit. Ja, dem geht es gerade auch nicht so wirklich gut. Wem es aber gut geht, ist dieser Geselle hier. Körper und Beine von dem, ja, ich würde mal sagen, GTA Vice City Charakter aus der Lego Collectible Minifigures Serie. Aber den gab es jetzt letztens als Build Your Minifigure, nee, Build Your Minifigure Dreierpack im Lego Store. Ja, der steht hier einfach rum. Das ist vielleicht, vielleicht ist es der Besitzer vom Sembo-Club, der hier gerade draußen ein bisschen sich unter das Volk mischt. Wer weiß das schon. Hier ist nur kleine, wie sagt man, Witwassäule. Nichts Besonderes. Und wir kommen zum Ende mit den beiden letzten Gebäuden. Einmal hier ein doppeltes Modular. Noch nicht fertig. Links basierend auf Mr. Cool, nee, Mr. Chill. Das ist das Lego City Set von dem Ice Truck. Darauf habe ich das basiert. Ich habe es unten ein bisschen knallig-bunt gemacht und oben dann noch ein bisschen mit Eis verfeinert. Da wird dann eine Wohnung drin sein. Kann ich euch, wenn es fertig ist, natürlich gerne zeigen. Hier, ich habe es im Video zum Steinewahn gesagt. Der Klemmkumpel hatte nicht zugehört. Vielleicht erinnert ihr euch. Die Blacktron-Fans haben sich gerade bei Mr. Chill ein Eis geholt. Freund und Freundin. Und, ups, jetzt habe ich hier, das wird abgerissen. Und hier ein Modular Building, der Versuch eines Modular Buildings vom Krabbenshack Diner. Ein bisschen überwuchert, ein bisschen weniger hübsch. Ein paar Gesellen, einmal hier Fisch am Stock und einmal noch ein Fisch einfach in der Hand, die sich hier munter gerade mit Fisch eingedeckt haben. Auch hier zeige ich euch gerne mehr, wenn es fertig ist. Und dann geht es zum Toy & Donut Store. Es ist ein B-Modell vom Fifties Diner, vom Downtown Diner, welches ich gebaut habe. Das Diner ist hier oben, soll ein bisschen Donut Store darstellen. CA für California. Ich muss, glaube ich, noch irgendwie versuchen, einen NBC oder so zu bauen für New Brick City. Das wäre gut. Eigentlich ist es ein Californien Diner. Oder vielleicht habt ihr ja auch einen guten Namen für dieses Diner, was deshalb da CA steht. Hier, kurzer Blick nach innen. Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt was sehen kann. Da ist gerade ein Verehrer, der... Oh, da sind welche rausgefahren. Die muss ich wieder richtig hinsetzen. Haha. Auch das als B-Modell kann ich euch gerne mal zeigen. Dieses Diner und auch hier das European Jazz Café könnt ihr wirklich einfach mit dem Set, also mit dem Lego Set des Downtown Diner, könnt ihr dieses Set daraus bauen. Und mit dem Assembly Square könnt ihr dieses Set bauen. Ihr braucht keine anderen Teile. Das ist halt echt super. Um auch ein bisschen, wenn man jetzt so wie ich nicht ganz so begabt ist, was das Modular Building angeht, dann kann man halt sich trotzdem die Stadt ein bisschen erweitern. Hier ist noch ein Kind. Das hat sich gerade ein Kaugummi aus dem Automaten gezogen. Fokus. Danke. Das ist wahrscheinlich seine Mama, die sich neues Geld abholen muss, weil die Kaugummi so unglaublich teuer sind. Da fehlen ein paar Fliesen. Muss ich noch nachholen. Noch jemand mit einem Getränk. Und hier, das ist die allererste arme Seele in meiner Stadt, die ich jemals gesetzt habe. Und ich habe ihn einfach absolut ins Herz geschlossen. Er hat sich hier eine nicht so wohlige Ecke ausgesucht, um Passanten, um eine kleine Spende zu bitten. Und ich finde diese Karen, diese Lego Karen Figur, ich weiß gar nicht, wo sie her ist. Aber das Haar, es ist halt einfach eine Lego Karen, die jetzt hier gerade joggen wollte oder so. Und völlig entgeistert guckt. Das ist auch eine meiner Lieblingsszenerien hier. Dann haben wir oben noch einen kleinen Polizisten, der gerade einen Drohnenflug zur Überwachung vorbereitet. Und hier hinten in der Back Alley sozusagen mehrere Ratten, die sich hier über Huhn und Pizza hermachen wollen. Die kommen wahrscheinlich hier irgendwie aus der Gegend von dem Krabbenshack. Aber die Mitarbeiterin von dem Eisladen ist schon hier vehement dabei, diese Pest, diese Plage irgendwie zu verscheuchen. Ich hoffe, es gelingt ihr, weil Ratten im Eisladen möchte man ja nicht so wirklich haben. Und hier aus der Lego Minifiguren-Serie noch die Brick-Dame, ihr männliches Counterpart. Der rote Stein ist drin und verkauft gerade Lego. Es ist ja hier ein Toy Store. Und bevor wir dann mit diesem ersten Welcome to New Brick City Video abschließen, habe ich euch noch eine kleine Back Alley-Situation gezeigt. Oder möchte ich euch noch zeigen. Ich habe das European Jazz Café hier mal nach vorne geschoben. Und zwar, ich bin ein Riesenfan von dem Film It, Stephen King. Und ich habe da mal einen langen Text zu verfasst. Er ist eigentlich völliger Murks. Aber Ziel ist es in New Brick City an verschiedenen Stellen rote Ballons zu installieren und eine, ja, entsprechend nicht so freundliche Situation zu gestalten. Hier ist jemand, äh, ein Maskottchen irgendwie scheinbar mit, ja, Pennywise in Verbindung gekommen. Und das hat er nicht so gut überstanden. Auch hier ein paar Steine. Mit den 2x2-Teils funktioniert das auch echt gut, wenn man die so nur auf einer Ecke reinstippt, dass die dann so ein bisschen, ähm, hervorstehende Platten zeigen. Auch hier noch ein paar Ratten, die sich vielleicht schon an ihm gütlich getan haben. Ja, ich will es gar nicht wissen. Ja, aber, wie sagt man, ja, das Leben und Tod, ne, Leben und Tod ist halt, äh, überall ein Thema. Und hier in den Gassen hinter den eigentlich schönen Fassaden von New Brick City gibt es auch, ja, nicht ganz so Schönes zu begutachten. Das soll es dann erstmal gewesen sein. War ja auch schon wieder langes Video. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, in welchen Abständen die Updates kommen werden. Aber Tisch hierfür habe ich schon. Also die Verbindung, äh, ich denke mal, wir können uns darauf freuen, dass hier, ja, hoffentlich noch in diesem Jahr ein großes Update oder vielleicht auch eher mehrere kleine Updates folgen werden. Ich muss die Polizeistation dann noch wieder raufstellen. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine, äh, Einblick in New Brick City 2.0. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Welche Situation hat euch denn am besten gefallen? Welche Situation, äh, hättet ihr euch gewünscht? Und, ähm, ja, vielleicht habt ihr auch noch anderweitig Ideen, äh, die ihr gerne in das Stadtprojekt einbringen möchtet. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr ein Video zum, äh, B-Modell des Diners zu den beiden, ähm, Segao-Modellen haben möchtet oder auch zum B-Modell vom Assembly Square, einfach in die Kommentare schreiben. Mache ich sehr, sehr gerne. Dann zeige ich euch das auch mal im Detail. Und, ja, das war's dann von meiner Seite aus schon wieder. Ich baue jetzt noch die Polizeistation wieder auf. Und dann mache ich mich vielleicht auch schon daran, hier ein bisschen weiter zu bauen. Das war's dann von meiner Seite aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt bis dahin alle gesund. Und ich würde mal sagen, schaut wieder öfter in eure Steinekiste. Denn da startet ab sofort ein, ja, Videoprojekt zum Aufbau einer Klemmbausteinstadt. Das war's von meiner Seite aus. Ciao, ciao! Jetzt wollte ich hier gerade die Polizeistation wieder zusammenbauen und jetzt habe ich einfach nur noch eine Frage. Warum liegt da eine Wurst?